Jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich. AAAAAH! Nein! Tja, jetzt schau zu wie ich hier über den Baffus geh! Minecraft-Freunde halten fest zu schau. Freunde für ein Leben lang. T-Shirt Minecraft-Freunde. Ja. Komm raus da, Junge! Hallo, tut mir leid, ich hab mich nicht getraut, aus meinem Haus zu kommen, aber hier bin ich. Jetzt reicht's mir. Das ist nicht dein Ernst? Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Warte, warte, warte! Hast du Glück, dass es geruckelt hat gerade. Jetzt geh ich auf dich los! Nein! Du hast den ganzen Netherite-Block leer gemacht! Ja! Ach, Mann! Guck mal, da ist schon genug kaputt gegangen hier in meinem Haus. Ja, dafür bin ich doch heute hier! Ich muss aufhören, jetzt muss aufhören! Ich kann das nicht mehr! Ich kann das nicht mehr! Ah, cool! Lass uns dein Haus reparieren! Hausreparatur! Wollen wir das komplett auffüllen, oder willst du ein bisschen Platz lassen? Das hab ich auch schon überlegt. Macht das denn Sinn, den Keller hier zu erweitern? Was ist denn das hier? Ne, eigentlich nicht. Ist das ein Geheim! Ja, das ist eh von ein Gambo oder so! Ja, hundertprozentig! Machen wir zu! Ich müsste hier keinen Platz lassen! Ich nutze das hier eh nicht! Wenn wir genug Material haben, können wir das auffüllen! Stein könnte eventuell hinkommen! Wenn ich nehme auch die Erde! Ja, falls dir nochmal was weggesprengt wird, dann sieht man wenigstens, dass sie cleanstall ist! Wenn dir nochmal ein richtig fetter Schaden reingerissen wird! Das ist nett von dir! Danke, Logo! Du bist der beste Boss! Ich bin ein wahrer Freund! Und Boss! Und König! Und gut aussehender Bodybuilder! Oh! 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 Jetzt übertreibs nicht! Der 10er-Split hat mich hart gemacht! Und jetzt platziere ich den Steuereintreiber! Was? Schon wieder! Ich kann... Ich hab kein Geld... Achse! Nein! Nein! Warum? Logo... Oh mein Gott! Bitte zieh die Rüstung an! Bitte! Ich kann das nicht mehr! Mann! Jetzt hab ich wieder alle meine Level verloren! Jetzt platziere ich hier den Steuereintreiber! Das kannst du auch wissen! Was ist denn der Steuereintreiber? Oh nein! Wir haben ja richtig dick... You wither! Das ist nicht dein Ernst! Scheiße! Scheiße! Ich komm nicht ran an den! Ich komm nicht ran an den! Ja! Morf dich! Ich hab ihn! Wir müssen nochmal den Leich jetzt finden! Oh! Ich bin aber auch nochmal verdorrt! Du bist tot! Dass zum Glück nicht viel kaputt gegangen ist, war eine reine Glücksaktion! Ich dachte, hier geht jetzt alles wieder kaputt! Wirklich! Gerade alles repariert und schon! Zack! Steuer nicht gezahlt! Nehmt ihr hier alles wieder weg! Ja, meine... Was ist denn das hier? Hä? Was denn? Achso! Was? Äh... Warte! Ich reparier das einfach! So! Alles wieder wie neu! Jetzt muss hier nur noch Gras drüber wachsen! Ja! Ja! Soll ich dir mal zeigen, wo der Steuereintreiber eigentlich herkommt? Ja, wieso nicht? Komm mal mit! Hauptsache du platzierst jetzt nicht in Isis Haus! Nö! Ja, gut! Minecraft Bottles! Hier war der drin oder was? Ach, du warst gar nicht online, na? Nee! Da war ein Full Beacon drinne! Den hat der Steuereintreiber einfach mitgenommen! Ach doch! Das hab ich gesehen! Hier! Danke für deine Steuervorauszahlung für den Monat April! Gezeichnet Mr. X! Nein! Warte mal, der wurde abgebaut einfach! Hm... Hm... Er ist jetzt weg! Also wer das getan hat, der muss ein absolutes Genie gewesen sein! Was für ein Genie! Das ist gemein! Hm? Du warst das! Nein! Ah, weiß ich nicht! Das war Mr. X! Steht doch da auf dem Schild! Wo steht denn da Mr. X? Auf der Rückseite! Das steht nicht! LOL! Man kann vorne hinten drauf schreiben! Ja! Alter, was in Minecraft letztlich möglich ist in 2024! Alter, das kann aber auch nur Mr. X, weil der so krass ist! Aber hier vorne fehlt ja auch noch Beton und... Ja, hier fehlt noch viel! Ich muss das wieder bauen! Ich hab noch nicht mal mein Video hochgeladen, wie ich das hier weitergebaut habe und schon ist es kaputt! Oh mein Gott! Das ist ein äußerst modernes Element zur Aufteilung der Raumstruktur, um das einfallende Licht zu diversifizieren und zu diffusieren, um ein weicheres Raumambiente zu schaffen! Ach, steigt das jetzt im Wert auch? Ja! Das ist ein Designer-Element! Ja, wollen wir das hier überall einsetzen? Nein! 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 Hey! Perfekt! Was soll das? Ich würde das nicht abbauen! Das steht jetzt unter Denkmalschutz! Das werde ich dem Beauty-Komitee sagen! Ist das ein äh... Ein Sonnenvogel da hinten? Wirklich? Wo? Ja, gut! Lass uns schnell weitergehen! Was ist eigentlich deine Meinung zur Mungus-Massenhaltung hier auf dem Server? Zur was? Zur Mungus-Massenhaltung! Mit einem Mungus? Na komm mal mit! Ich bin nämlich Mungus-Aktivist! Und ich bin gegen die Massenhaltung! Nein! Was soll das? Warum macht der das? Meine Brüder! Die Armen! Die haben alle Rucksäcke! Oh mein Gott! Dein wahres Ich! Amogus! Oh nein! Oh nein! Vielleicht solltest du auch da rein! Amogus! 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 Wie grausam! Jetzt töte den Mungus! Was? Nein! Töte den Mungus! 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 Ich dachte die sind dir wichtig! Warum soll ich denn töten? Töte den Mungus! Warum? Töte ihn! Sehr selten! Töte ihn! Hat er überlebt! Töte ihn! Töte ihn! Guck mal er blutet sogar schon! Ja bitte! Amogus! Amogus! Amongus! Nein! Nein! Hab ich irgendeinen coolen Morph den ich dir zeigen kann? Alter was ist das denn? Der Root Sandstorm! Das bleibt unser kleines Geheimnis oder? Genauso wie dass ich in Bens Bunker eingebrochen bin, da Minen platziert habe und das Ganze auf Easy geschoben habe. Oder dass ich Easy's Beacon abgebaut habe. Aha! Hey! Das war Mr. X! Das war Mr. X! Ich hab einen Brief bekommen Flo! Hallo Logo! Ich bin's Gambo! Warte ich hab auch einen! Hast du auch? Aber nicht von Gambo oder? Wenn du jetzt auch einen von Gambo hast, drehe ich durch! Hä? Hast du auch denselben? Das ist ja unglaublich! Ne! Ich hab... Hallo Logo! Ich bin's Gambo und will... Wait! Warte! 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 Das steht aber wirklich in diesem Buch drinne! Das steht da wirklich drinne! Hä, ich dachte du trommst! Nein! Ja, warte. Junge, bei dir dachte ich real, du machst das so ein Müllchen. Warte, ich check kurz mit dem Altimeter unsere Höhe. Wir sind auf Höhe 112. Hä? Jaaa! Hehehe! 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 Haben wir euch gefangen genommen! Hehehe! Du kannst schon sich entkommen! Ich bin doch schon entkommen! Hehehe! Ach da! Was ist das denn? Checkst du grad? Es ist Mr. X! Oh mein Gott! Mr. X! Oh nein! Mr. X! Wenn sie es zugeben, dann wird die Strafe gemildert. Was ist denn für eine Strafe? Ich warte auf Gambo! Der kommt noch! Du sollst nicht lügen! Hä? Wieso? Ich wurde doch anscheinend belogen! Es steht Hallo Logo! Ich bin Scambo und ich will dich küssen! Wenn du sofort in Benzke einen Poker kommst, warte ich dort auf dich mit meinen sanften Lippen! Und jetzt bin ich hier! Ich fühle mich als ob ich auf so eine Werbung geklickt habe! Hehehe! Ist ein Reaktor! Warum? Das ist meiner! Ist hier immer Mr. X? Ja! Falsch rum! Das hab ich platziert! Was? Du hast dir immer noch den Knopf gedrückt? Ne, passiert nichts! Guck! Guck! Nix passiert! Du hast dich in den Imposter verwandelt! Was? Wie? Warte! Ich drück noch mal! Nein! Drück noch mal! Drück noch mal! Ich drück noch mal den Knopf! Warte! Warte! Was ist? Holy Moly! Jetzt hat es geklappt! Okay, wir können wieder raus! Okay! Oh! Es wird gerade morgen! Ist es nicht toll! Perfekter Zeitpunkt für einen Wettkampf! Auf Leben und Tod! Hat da jemand etwa Wettkampf gesagt? Uh! Das letzte Mal hättest du gewinnen können! Wenn du nicht so rumgejokt hättest! Wenn du nicht den Oinkiesbleinkie gehittet hättest! Bevor wir aber loslegen, zeig ich dir mal was! Komm mal mit! Okay! Hier gab es nämlich einen Raub! Ein Vorfall! Ein Vorfall! Ja! Oh! Sag mal, wo ist denn der Beacon hin? Hm? Wo ist denn der? Was ist denn mit dem Beacon passiert? Das hat doch ein Beacon mit sogar nicht so weit geblieben können! Nicht so weit! Ja! Mal schauen! Vielleicht gibt es hier ein Informations... Mal schauen! Hier gibt es ja sogar ein Informationsschild dazu! Danke für deine Steuervorauszahlung für den Monat April! Steuern! 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 Ich drehe! Hast du auch schon die Rückseite des Schilds gesehen? Rückseite? Oh Gott! Gezeichnet Mr. X! Ui, ui, ui! Es hört nicht mehr auf! Ich drehe mich nur noch! Es hört gar nicht mehr auf zu drehen! Nein! Das muss ein äußerst genialer Mann gewesen sein, der da eingebrochen ist und den gesamten Beacon mitgenommen hat, obwohl sich hier das Ding da, also diese Hülle... Die Hülle ist aus verstärktem Glas, Elina, falls du das noch nicht gesehen hast. Ja, doch! Ich weiß! Ich weiß! Da konnte man nicht rein! Ja! Vielleicht... Etwa... So... Scheiße! Nasch! Hä? Habe ich nicht geguckt! Mann! Minecraft-Bottel! Jo! Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Minecraft-Bottel! So, das war's mit der Folge der gleichen alternativen Sendung! Oh mein Gott! Das kannst du nicht mit Kambo tun! Digga, ich rufe ihn jetzt an und muss ihm sagen, dass das so nicht geht! Yo, Kambo! Kambo, Alter, was Selina da gerade mit dir gemacht hat, das lässt du mit! Scheiße! Nein, Loro! War das dein Handy? Ja! Ich habe da normalerweise so eine Matte liegen, die habe ich aber... Ich habe mich jetzt aber hier zur Seite geräumt, dann habe ich gerade mein Handy voll drauf geworfen! Hände hoch! Ich bin doch hier der Gefangene! Von mir geht doch keine Gefahr aus! Lass mich in die Bordel! Das ist krass, oder? Das wirkt so, als ob ich einfach in den Spectator gehe! Das ist übelst insane! Es geht aber auch mit dem Enderman! Das hat mir Flo gestern gezeigt! Oha! Wo ist denn der Enderman eigentlich? Ah, hier! Ja! Siehst du das? Und dann musst du das mit dir machen! Dann kannst du dich im richtigen Moment wieder entmorphen und dann kannst du auch rein! Was für ein Scheiße! Das sind die Skills! Ich spreche das hier kaputt! Muss aber ein bisschen... Muss ich hier nicht mit mir machen! Schieß doch, wenn dich traust! Das gibt eine Anzeige! Scheiße! Ich habe meine Shader durchgeladen! Mann! Diese Tassen! Oh! Es brennt nur! Es passiert nichts! Das sind doch alles verstärkte Blöcke, oder? Ne! Das hier glaube ich nicht hier vorne! Der Kern ist aber verstärkt! Da kann man gar nichts machen! Oh! Among Us? Das hier kommt mir sehr... Sus! Dann legen wir jetzt auch mal los, Elina! Wir müssen ja mal Finger aus dem Arsch ziehen! Ich würde sagen, der Gewinner von... Der Boden ist Lava! Wer schafft es als erstes durch die Stadt ohne den Boden zu berühren? Hat einen Wunsch beim anderen frei! Was hältst du davon? Finde ich gut! Let's go! Among Us! Das ist eine Challenge, die hat es in sich! Jetzt müssen wir nur noch gleich eine Entscheidung treffen! Ob wir... Jeder mit einem Stack oder mit zwei Stacks starten! Ich bin für zwei! Okay, dann machen wir zwei Stacks! Weil ich war immer die Nummer zwei! X-Ray Song geht auf die Eins! Pack die X-Ray... Pack das X-Ray Texture Pack in Minecraft rein! Ich bin... Hol die Dias und ich mein... Ähm... Keine Ahnung... Häh! Ganze Menge Netherite! Bipipipipu! Man darf keine Blöcke haben! Genau! Keine Blöcke zum platzieren! Ich check das kurz noch mal... Das darfst du Werkzeuge haben? Werkzeuge darfst du haben! Ich lege mal mein Glas und meine Diamanterzdinger ab. Und hier habe ich zwei Stacks Netherrack für dich. Lass mich kurz ein paar Tasten umbelegen. Oha, was... Ich muss hier in die Zone, weißt du. Ich überlege mir schon mal gerade meine Strategie. Also, man darf ja theoretisch mit allem arbeiten. Also, mit den Bäumen. Ist aber auch gefährlich zu parkouren, weil der Boden ist Lava. Ingo, mach das mal in der Post. Track mal bitte alles weg und mach mal zu Lava jetzt. Perfekt. Ich will gar nicht wissen, was jetzt gerade passiert ist. Perfekt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Soll ich dir noch den Endpunkt zeigen? Im Endeffekt ist es genau so ein roter Bereich. Okay, komm, dann morfen wir uns mal. Ich zeige dir kurz den Endpunkt. Ungefähr 1000 Blöcke noch in die Richtung, Elina. Da ist er. Genau außerhalb der Stadt. Hier war dann auch ein Village auf uns. Ja. Was hat der im Angebot? Gar nichts. Ja, doch. Schwarzpulver. Ah, ich habe aber keine Ahnung. Seegurke. Wow. Auf dem Weg, um dich aufzuhalten, werde ich einfach eine Nuke benutzen und die ganze Stadt sprengen. Hoppla. Aber ich musste gewinnen. Alles für den Win. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nukleare Sprengkörper, den ich illegal erworben habe, auf einmal auch funktioniert? Ich dachte, das ist einfach nur eine Filmrequisite. Dann kriege ich dich mal weg. Der Erste, der ohne den Boden zu berühren die andere Fläche erreicht, gewinnt. Bereit? Bereit. Okay, es geht los. Oh, kein Countdown? Oh Gott. Es sind halt nur zwei Stacks Netherrack, ne? Man muss schon gucken, wo man bleibt. Ich haue dich nicht runter, versprochen. Was? Ja, versprochen. Ich haue dich nicht runter. Mir geht es bloß darum, ein bisschen Netherrack zu saven. Außerdem habe ich eine ganz andere Strategie. Pass mal auf. Ich zeige dir jetzt mal, was mein Brain hier in der Stande... Auf alle Fälle nicht zum Sprechen, Elina. Siehst du das, Elina? Siehst du das? Ja, ich sehe es. Aber... Oh, warte, 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 warte. Ich muss hier sofort... Ich habe den Weg richtig trianguliert. Ja, ja. Ich habe da aber schon eine Strategie im Kopf. Vergiss nicht die Anzahl deiner Blöcke, Elina. Ja, 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 ja. Hier, pass auf. Zack. Boom. So. Oh, darf ich auf dem Weg Blöcke abbauen? Ja. Musst du auch, sonst schaffst du das gar nicht. Ja, ich dachte so, um meinen Weg zu verkürzen. So, ich kümmere mich hier gerade schon mal um ein paar Ressourcen. Ich bin da lieber ein bisschen vorbereitet, ein bisschen präpariert. Weißt du? Da hast du ja recht. Mein Gott. Das klaue ich jetzt. Das ist meine Idee. Das ist die Clown. Ah, scheiße. Hör auf, mir meine Ideen zu klauen. Aber die sind halt so gut, Mann. Ich mache jetzt einfach mal hier ein Brawl Stars Pack Opening währenddessen, weil ich besiege dich so easy. Das bin fix bei Brawl Stars Online. Das lässt ja mal schön sein. Das lässt ja mal schön sein. Ich habe gerade einen legendären Brawler gezogen. Oh mein Gott, Elina. Was? Ehrlich? Ja, ja. Der heißt... Oh Mann. Das ist ein Eingeläume. Das hätte ich jetzt nicht von Brawl Stars erwartet. Können wir auch so ein Intro hier für dieses Der Boden ist Lava? Eine einzige Folge. Ja, bitte. Willst du schon in der Stadt? Nee, oder? Du bist noch im Wald. Oh, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ja, 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 ja. Es ist knifflig, Holz zu fahren, weil du willst ja nicht rund auf den Boden fallen, aber du kommst ja da noch nicht wieder hoch, ohne Blöcke zu benutzen. Deswegen kannst du die Bäume nur so halb abfahren. Ich habe noch viel bessere Idee. Ich bin noch im Jingle. Ich bin noch im Jingle. Und zwar, der Boden ist Lava. Und bei Mr. X kommt ja... Verdammt. Na, der Mr. X Jingle geht... Oh nein. Oh, ich muss hier aufpassen. Der ist hier schon Bäume abgebaut. Ich falle hier gleich runter. Ja, ich habe sie noch nicht ganz aufgebaut. Oh nein. Mr. X. Und ich dachte, man macht es einfach so reversed. Der Boden ist Lava. Aber dann nicht, oh nein, sondern so heiß. Ah, ich glaube, ich greife hier auf deine Infrastruktur zurück. Ich kann hier... Danke, Elina. Danke. Schau dich runter. Nein. Das sollst du niemals tun, Elina, oder? Nein, nein, nein. Komm her. Ich kann nicht genauso runterschlagen. Wieso brenne ich, wenn ich die schlage? Was ist das? Alter, meine Faust ist nicht so heiß. Junge, Elina, die Feuerfaust. Okay, ich lasse deinen Weg in Ruhe. Ich lasse deinen Weg in Ruhe. Ja, hier. Nein. Ich mach das jetzt. Ey. Nein, was hast du dir denn hier für einen komischen Baum ausgesucht? Bau selbst. Machst du hier nicht. Ich muss hier in meinen Rucksack. Schaff ich's bis zu Flo? Nein, nein, nein. Flo ist völlig die falsche Entscheidung. Weil ab Flo geht's nämlich nicht so richtig weiter. Ich muss zu Easy rüber. Oh mein Gott. Ich hab eine ganz andere Meta-Ebene jetzt hier gerade in meinen Kopf entwickelt. Ich bin so schlau. Ich morph mich einfach. Hä? Hast du ja schon wieder aufgeholt. Mann, ich hätt mir ne Schere machen sollen. Oh, warte. Ja, ich auch. Ich hab auch die ganze Zeit in meinem Rucksack gekramt. Noch nach... Danke, Elina, für diesen Premium-Tipp. Naja, dafür hab ich ne geilere Idee. So, zack, 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 zack. Mann, wo bist du denn hin, Elina? Hast du dich da... Ach, da hinten verkrochen. Hm. Ich hab ne geile Idee. Ne geile Idee. Oh Mann, ich bin so dumm. Dem etwas niederen Volk... Dem geb ich natürlich eine Schere. Slaps! Oh mein Gott, das ist ja noch kranker. Das ist ja mega. Jetzt will ich meine... Jetzt will ich meine Schere wieder haben. Ich glaube, Flo ist der falsche Weg. Ich entscheide mich für das Easy-Restaurant. Ich glaube, da hat man vielleicht bessere Chancen. Da muss ich aber hier nochmal ne kleine Kurve schlagen. Ich geh über... Ich geh über die, äh... Über die Palmen. Über die Palmen aus Plastik. Ich meine, es geht ja um nen Wunsch. Ne, Wunden mit nem Roller. Oh mein Gott, ich weiß, was ich mir wünschen würde. Ach so, was du willst du dir wünschen? Einen Tag wieder mal lochen für mich. Das wär's. Nein. Na gut, eigentlich war es ja nicht so schlimm. Ich fand... Es hat Spaß gewonnen. Oh, Chappel-Run. Das ist aber erst ein Viertel der Strecke jetzt, Edina. Ja, ja, ja. Okay, hier sieht's gut aus. Muss ich rüber... Ich glaube, ich mach einen Abstecher zu meiner Tonne rüber. Ist, glaube ich, smarter. Okay. Extrem weiter Jump hier. Uh, ich bin jetzt auf deiner Tonne. Was, du... Hör, wie hast du das geschafft? Ich bin über die Palmen ge... Ge... Gangen. Also, ich bin wirklich... Ich jetzt auch. Ich überholt dich. Nein! Hey! Hey, du Audi! Hast du nicht genug Blöcke? Bisschen Brokey? Habe genug. Bei mir gehen nämlich langsam die Blöcke aus. Ich hab echt viel gewasted. Ich glaube, ich muss auf halber Strecke bei Ben nochmal auffarmen. Und ich muss meinen Weg aus dem Weg räumen. Keine Lust. Ich muss hier meinen Weg aus dem Weg räumen. Oh, ich häng an den Kletten. Oh! Oh, smarter, den Baum mitzunehmen. Muss man quasi direkt von vorne machen? Ja, warum ist denn da eine Schildkröte? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, pass lieber auf. Warum nimmst du den gleichen Weg wie ich? Friss meine Netherite-Bahn. Die hätte ich voll die Fresse bekommen. Ich hole mir jetzt hier meine Blöcke für den Endsport. Weg, Elina. Geh du weg. Geh du weg. Ich will erst mal meine Steine holen. Lass mich doch hier raus. Ich brauche Steine, Elina. Ich habe kaum noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt blieb ich dich. Nein, 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 nein. Das ist ja noch das Dach. Das Dach von Ben ist riesig. Okay, wir können hier kurz Frieden schließen. Bis die Materialien auffüllen, weil wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Okay, warte. Außer mal parkour über das Bambus. Das wäre... Oh, smart. Das mache ich jetzt. Ich lieg jetzt einfach da unten. Oh Gott, das war so knapp. Ich muss hier runter. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Gönn mir doch mal diese Blöcke hier. Ich brauch mindestens noch einen Stack oder so. Ich brauch auch ein paar. Der Weg ist weit und beschwerlich, Elina. Deswegen benutze ich jetzt meine 16 Enderperlen, die ich noch im Inventar habe. Ähm. Hm? Also, mein Rucksack, der gibt auch nichts mehr hierher. Ja, muss ich sagen. Ich hab noch einen Lava-Eimer, eine Muschel, eine Kiste. Oh, ich hab einen Schraubenschlüssel. Ich hab einen Block-Enferner. Ich hab einen Steg. Fühlt sich ganz cool, mit deinem Steg. Ja. Das ist Medium Well. Lass mich in Ruhe, bitte. Du gehst aber auch Gefahr. Du hast keinen Anti-Knockback. Komm doch, trau dich was. Dann reset ich mich. Hast du schon mal den Skateboard-MG gesehen? Also, das war jetzt ein bisschen... Mein Skateboard ist runtergefallen. Oh, wo ist es denn? Ist es ganz unten? Ja, ist es ganz unten. Mann. Mist, wie mach ich das jetzt hier bei den Bambus? Bambus ist kn... Ist es blieb dich? Ist es blieb dich? Ist es blieb dich? Ist es blieb dich? Ich auch. Hey, ich kann jetzt platzieren. Hey, wo bist du denn? Ich bin unsichtbar. Ich hör dich. Da unten. Ich dungel mich hier durch. Smart? Das ist echt voll smart. Hm? Oh. Hm? Oh, ich mag diesen Dschungelweg nicht. Ich will hier raus. Gleich muss ich resetten. Ich seh's. Ich seh's. Oh Gott. Ich seh's. Ich will mal easy lagen. Oh, das ist aber smart. Oha. Nee, ich nehm den Riskyweg. Das ist voll Risiko. Oh, was macht... Kann man nicht... Oh ja, man kann auf die Blumenkästen. Kriegst du nicht, kriegst du nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ich stehe jetzt nur noch auf dem Tor. Das ist auch noch die Schildkröte. Bitte. Oh. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Ah. Nein. Nein. Tja, jetzt schau zu, wie ich hier über den Bambus gehe. Nein. Ja. Scheiße, ab in den Reset. Irgendwie dahin fliegen, oder? Ja, ja, flieg dahin. Flieg dahin, flieg dahin. Okay. Ich bin auf den Bambus ausgerutscht. Wie, Dulli? Ich bin auf den Bambus ausgerutscht. Ja, ich bin so... Kennst du das, wenn du so springst? Ich bin auf die genaue Kante gesprungen und dann konnte ich nicht mehr greifen. Ach so, ja. Ach, Mann, ist das peinlich. Ingo, schneid das mal raus. Hör mal von vorne. Hör mal von vorne. Platz da. Mach Platz hier. Ich muss hier durch. Ich habe einfach Außenplatz da gesagt. Ey, hör mal auf. Ich habe hier wichtigen Weg. Jetzt ist es ja schon mehr ein Rennen, als dass es ein Wettkampf ist. Ja. Na, Mist. Oder doch, hier bist du vorhin lang. Ja. Smart. Hier noch aufbauen. So. Ah, du bist vorhin über die Palmen. Ja. Keine Ahnung, wo du da lang bist. Deswegen muss ich jetzt wieder diese Kurve außen lang laufen. Oder? Ich riskiere es, ich riskiere es. Nein, er nimmt meinen Palmenweg. Ja, ja, ja. Warum folge ich dir? Ich kenne den Weg doch. Boah, der ist smart. Der war viel besser als meiner. Ja, wobei. Oh. Der fällt ein. Ja, der ist ein bisschen tricky. Es ist einfach ein Jump'n'Run. Wir haben diese Minecraft-Freunde-Map einfach bereichert. Ja, wir lassen uns einfach stehen. Der verliert auch immer was aufräumen. Oh. Nein, alles gut. Ich bin der Organisator. Ich kümmere mich darum. Wo muss ich? Oh, nee. Jetzt geht das Bambus-Dinge wieder los. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein. Oh. Digga, mein Scheiß-Bambus. Jetzt traue ich mich nicht mehr, den Bambus zu nehmen. Ich nehme meinen Bambus weg. Der Bambus ist bereits schon gewachsen. Alles ist im dichten Nebel gewüllt. Ich kann hier ganz langsam machen. Ich muss mich hier nicht beeilen. Keine Zeit zur Panik. Was sagst du jetzt? Bin ich denn lang? Ich bin oben lang. Ich hätte es einfach nicht riskieren sollen, nicht zu schlagen. Dann wäre ich nicht auf dem Topf gelandet. Dann wäre ich jetzt schon fünfmal im Ziel. Was du nicht weißt, ich habe da so ein Protokoll-Ding platziert. Das liest aus, wenn sich jemand dort nähert und dann wird eine Nuke gezündet. Also bleib besser stehen. Nee. Doch. Musst du. Das glaube ich dir jetzt nicht. Doch, doch, doch. Sonst wird Isis botanischer Garten explodieren. Und das willst du doch nicht. Du bist doch mit Isi gut. Ihr wart doch erst essen. Ihr habt doch erst die 5000-Kalorien-Pizza verspeist. 4.600, wenn ich bitten darf. Und... 4.600. Ich habe nur die Hälfte gegessen. Ich bin im Tunnel. Jetzt wird nicht mehr gejoked. Ich bin schon ziemlich weit gekommen. Ich bin schon ziemlich weit gekommen. Ich waste jetzt meine Blöcke. Ich muss aufholen. Waste gerade auch ein bisschen. Hier ist gut. Hier ist gut. Hier ist gut. So. Oh, hier lang. Gut, dass da noch ein Block war. So. Mach keinen Bambus. Jump-Run. Ich mache nichts Doofes. Hallo? Hm? Hallo? Ich habe Angst. Jetzt muss ich doch racen. Es geht wirklich um die paar Meter. Aber mir gehen die Blöcke gleich aus. Ich habe nur noch 29 oder ich habe noch einen Ersatz. Ich mache was schlaues. Ah, ja, ich... Oh, 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 oh. Ich riskiere. Ich gehe vor Risiko. Nein. Ich höre dich. Komm schon. Komm schon, bitte. Bitte meine letzten Puppe. Oh, mein Gott. Dies bleibt. Oh. Oh, 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 oh. Nein. Oh, yes. Ich musste noch nicht mal meine Holzreserven anschneiden, aber es war richtig knapp. Ich glaube, hättest du, wenn du souverän einfach gesprungen und gebaut hättest, hättest du es vor mir geschafft. Du warst, du warst, du warst so schnell. Ja, ich weiß. Vor allem, ich habe dich im Augenwinkel gesehen. Du warst kurz vor mir. Alter, der Baum hier hat anders gecarried, der hier. Ja, ich das glaube ich. Alter, grüße ich ihn raus an den Bray, wirklich. Kacke, wenn ich meinen Netherrack nicht im Inventar, also so deep down im Inventar gehabt hätte, dann hätte ich das viel schneller nehmen können. Jetzt kommt der spaßige Part. Jetzt kommt der richtig lustige Teil. Yippie. Aber was, Lo, was ist dein Wunsch? Hm, ich wünsche mir nochmal 24 Stunden mal hoch. 24 Stunden mal hoch, da bin ich doch dabei. Gerne. Super gerne. Was könnten wir diesmal bauen? Ein Full Netherite Beacon. Ja. Ich werde es mir noch überlegen. Okay. Ihr könnt ja ein alter Nativus enden, die kommt so schreien. Alter, so gibst du Gambo. Junge, der Arme. Aufräumen muss natürlich auch sein. Ich nuke mal fix rein. Boah, ich habe mich hier schräg gebaut. Ja, dein Palmweg war viel stärker als meiner. Ja, ja, ich habe das auch nicht ganz verstanden, dass du da so... Na, ich dachte eigentlich, ich mache das so gut, weil ich habe nur dieses Mittelfeld hier gesehen und da dachte ich, da waren so viele Lücken zwischen den Bäumen. Aber die hast du halt mit Slabs gefüllt. Hätte ich da... Also, ich bin nur von Blöcken ausgegangen. Hätte ich da Blöcke platziert, wäre ich ausgewiesen. Hätte ich nicht mehr viel gehabt. Also, ich hätte noch... Warte, ich schau mal. Ich hätte noch ein Stack 24 Holz noch gehabt. Oder nochmal 24 Birke. Und halt natürlich die Blätter. Aber Blätter zu benutzen, wäre auch dann irgendwann unfair gewesen. Ich habe eine andere Meta einfach benutzt. Ich bin einfach... Ja, du hast einfach... Oh, Entschuldigung. Ich habe aus Versehen ein bisschen was von deiner Garage abgebaut. Ist nicht weiter wild. Ist nicht weiter wild. Du warst einfach smart. Du hast mitgedacht und alle deine Gehirnzellen benutzt. Man könnte meinen, du sitzt jeden Tag da und spielst 10 Stunden Minecraft Challenges. Ja, ist so. Ich bin... Heimlich bin ich ein anderer YouTuber. Ich glaube, die Leute sollten mal einen alternativen YouTuber in die Kommentare schreiben. Glaubst du, man könnte Gambo, wenn man ihn lange genug so einer Gehirnwäsche unterzieht, verklickern, dass er ein anderer YouTuber ist? Gambo macht auf einmal so einen Tag-Channel auf. Oder so einen Kanal über Autos. Hallo Leute, heute bauen wir den 87er Vergaser in meinen nach 95en... Gambo Performance. Ja. GG Performance. Oh man, dieses GG ist ultra geil. Ja. Wollen wir eigentlich mal kurz ein Becken, wenn wir das da schon angefangen haben, lass das mal fix abbauen, damit das mal weg ist. Ich fliege mit meinem Tesla einfach mal durch die Stadt. Leute, dann ist schon wieder ein Händler gespawnt. Was ist denn da los? Aber er wird zusammengeschlagen. Wir müssen ihn retten, Logo. Wir müssen ihn retten. Er ist klein. Nein, er ist unsichtbar. Warte mal. Da kann man... Ah, schade. Leute, der verkauft einen Extractor einfach. Das ist ein nicer Trade. Kann nicht essen. Ich habe keine Zähne mehr. Du hast mich alle ausgeschlagen mit deinem Leatherrad-Bahn. Ich kann nichts mehr essen, weil ich habe all mein Geld für den Tesla rausgehauen. Ja, genau. Weißt du, Tesla und der PC. Das haut so ordentlich rein. Alter, guck mal, da steht ein Full-Cold-Sommi auf meiner Mülltonne. Elina, hast du noch letzte Worte, bevor ich dich mit meinem Leatherrad-Bahn verprügel? Ähm, letzte Worte für heute. Spart euer Geld, ansonsten könnt ihr euch nichts mehr zu essen kaufen, liebe Freunde. Boah, das ist aber eine ganz schön düstere Message. Oh, scheiße. Ingo, Cut, zensieren, zensieren. Wobei, wenn Ingo das jetzt zensiert, denken die alle, du hast was komplett geisteskrankes gesagt. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr zurücknehmen. Ingo wird das jetzt einfach zensieren. Wir sollen da nicht unten drunter durchkriechen. Wir sollen lieber einen Hörsturz erleiden, wenn man da durchgeht. Alter, was ist denn mit Logo los? Was ist denn los? Ich packe die Takis aus und alles dreht sich gut. Das ist ein Takis für die Schärfe in meinem Mund. Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Sie sind Minecraft-Freunde für ein Leben lang. Immer jederzeit bereit. Freunde für die Ewigkeit. Minecraft-Freunde lassen dich niemals allein. nein. Aber ich bin encontrar porque, ich bin darauf erf savez tipo eine Sache. Das ist nur снимt einfach Podcast oder drin. Ich bin wahr. Bei euch implementation. Da ist kein negócio immer wieder als bei sortir. aldrig leben. Untertitelung. BR 2018